So Freunde, willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Die Woche 2 von diesem Redux-Event oder besser gesagt von diesem Liquidatoren-Event hat jetzt begonnen. Das geht jetzt vom 5.9. bis zum 12.9. und danach startet eine komplett neue Rotation. Die geht dann auch wieder zwei Wochen. Diesmal können wir uns wieder drei neue Belohnungen freischalten und das sind vor allem wirklich neue Belohnungen, die konnten wir uns so bisher noch nicht freischalten. Selbst beim ersten Mal, wo man das jetzt schon mal spielen konnte. Das beginnt jetzt hier mit einem neuen Waffenanhänger desinfiziert. Das schauen wir uns gleich mal hier bei einer Probewaffe an. Den findet ihr dann bei Talismänner und der ist dann ganz oben, ihr seht jetzt hier, desinfiziert. Den habe ich nämlich noch nicht freigeschalten. Das ist hier so eine Flasche mit einem Schattenmarkt-Symbol. So eine kleine Sprühflasche. Und da braucht ihr insgesamt 15 Ordensbänder und dann bekommt ihr die freigeschaltet. Das nächste ist für die DM7 ein neues Skin. Da schauen wir ebenso mal nach, wie der konkret aussieht. Und zwar ist das ja abgetrennt mit diesem roten Schattenmarkt-Symbol und dann komplett in weiß. Und dafür braucht ihr insgesamt 35 Ordensbänder. Und den gab es vor allem auch noch nicht. Deswegen habe ich jetzt hier auch bloß eins von 35 Ordensbänder. Ich habe bloß vorhin mal eins freigespielt, weil ich was geschaut habe. Und dann haben wir noch die ganz große Belohnung. Und zwar für Pi gibt es noch einen neuen Skin, der heißt Sobok. Und den schauen wir uns natürlich auch noch an. Hier sehen wir den Sobok. Da braucht ihr insgesamt 60 Ordensbänder. Und den haben wir, wie gesagt, auch noch nicht gehabt beim ersten Mal. Das ist auch komplett neu. Da sehen wir jetzt hier wieder dieses rote Ordensband an der Seite. Dann dieses Liquidatorin-Event-Symbol mit diesem Totenschädel. Und ansonsten ist das jetzt wieder komplett in weiß gehalten. Dann haben sie jetzt die kompletten Playlists verändert. Wie gesagt, wir haben jetzt ja einmal taktische Eroberungen mit 16 gegen 16 Mann. Also insgesamt 32 Mann. Das ist auf Infanterie speziell ausgelegt. Dann haben wir jetzt eine neue Eroberungs-Playlist reinbekommen. Die heißt Master of Arms. Da haben wir jetzt die Karten gestrandet, Neuanfang und Orbital. Hier gibt es jetzt die verstärkten Extremwetterelemente. Da gibt es dann halt verstärkt Regen oder diese verstärkten Wirbelstürme halt. Dann haben wir noch die Eroberungs-Playlist ganz normal. Da ist jetzt jede Karte dabei, aber ohne diese Extremwetterelemente. Dann haben wir jetzt Durchbruch, Master of Arms. Da haben wir jetzt hier wieder die Karten gestrandet, Neuanfang und Orbital dabei. Mit diesen Extremwetterelementen. Und dann haben wir noch die ganz normale Playlist für Durchbruch. Da sind jetzt die ganz normalen Karten dabei, aber ohne diese Wetterelemente. Dann haben wir noch Wash und TDM. Da hat sich jetzt hier nichts getan. Das sind die Standard-Playlisten mit 16 Mann. Und für Orbital gibt es noch totale Überlegenheit. Da habt ihr jetzt die Möglichkeit, vor allem die Flugzeuge zu leveln oder auch die Panzer. Weil das halt eine Mischung ist. Ja, ihr könnt dort halt mit ganz vielen Panzern reingehen. Oder wenn ihr sagt, okay, die Panzer habt ihr jetzt schon voll gelevelt. Habt ihr auch die Möglichkeit, die ganzen Luftfahrzeuge zu leveln. Das geht auf jeden Fall hier sehr gut. Und da gibt es auch eine Möglichkeit, wenn ihr jetzt zum Beispiel nur Sniper spielen wollt. Da gibt es jetzt eine Playlist, die heißt Scout. Da war ich vorhin kurz drinnen. Das ist so ein bisschen mein Geheimtipp. Das könnt ihr euch auf jeden Fall mal anschauen. Da könnt ihr halt nur mit Snipern spielen. Das ist eigentlich nicht schlecht. Im Store habe ich jetzt eben gerade mal nachgeschaut. Da hat sich jetzt hier nichts getan. Das sind die ganzen Bundles, die es bereits schon in der ersten Woche gegeben hat. Hier hat sich, wie gesagt, nichts getan. Dann ergibt es jetzt unter Profil und Codex-Einträge. Da gab es ja bereits schon mal ein Update. Da haben sie neue Codex-Einträge hinzugefügt. Und jetzt gab es ein weiteres Update. Da haben sie nämlich neue Einträge hinzugefügt. Und zwar einmal bei Bewaffnete Streitkräfte. Ist jetzt ein neuer Eintrag hinzugekommen. Und zwar die Liquidatoren. Die haben sie jetzt hinzugefügt mit so einer Beschreibung. Dann haben sie Schlachtfelder. Da gibt es auch was Neues. Und zwar, da haben sie einmal ganz unten gestrandet hinzugefügt. Das ist, wie gesagt, auch ein neuer Beitrag. Den gab es vorher noch nicht. Habt ihr jetzt hier einmal die Beschreibung. Wenn ihr gestrandet angeklickt habt, habt ihr rechts außen dieses kleine Dreieck. Wenn ihr da wieder drauf drückt, könnt ihr rechts außen die ganzen kleinen Informationen neu laden. Das sind vor allem die Informationen, die man beim Ladebildschirm auch immer ganz unten sieht. Dann haben wir unter Organisationen noch einen weiteren Beitrag hinzubekommen. Und zwar der Schattenmarkt mit einem Bild sowie einer Beschreibung. Und dann haben wir noch bei Profil eine weitere Veränderung, die jetzt hier noch neu dazugekommen ist. Und zwar Rat des Schattenmarkts. Der ist auch neu dazugekommen. Das hängt auch ein bisschen mit diesem Event zusammen. Das haben sie jetzt, wie gesagt, hinzugefügt. Der ProKor ist auch noch hinzugekommen. Schattenmarkt Archive ist auch noch dazugekommen. Und der Aufklärungsberichte sind auch noch zwei neu dazugekommen. Und zwar das Panama Memorandum. Das ist übrigens von der Homepage. Das habe ich schon mal gesehen, das Bild. Und dann gibt es noch Einsatzbericht Wildcat. Der ist auch noch neu dazugekommen. Transkripte. Da haben wir auch was Neues dazu bekommen. Und zwar Sprachausgabe. Das ist auch neu. Und dann gibt es noch Straße nach Norland. Das ist auch noch neu hinzugefügt. Das sind halt noch weitere Hintergrundinformationen, die man jetzt zu der Battlefield-Geschichte bekommt. Die man sich halt, wie gesagt, über diesen Codex-Eintrag abrufen kann. Dann haben sie sich ja die ganzen Fahrzeuge jetzt vorgenommen. Und zwar einmal für die 64-Slot-große Version und einmal mit 128 Spielern. Und da sehen wir jetzt hier die ganzen Karten. Einmal links sehen wir die alten Werte und rechts die neuen Werte. Da sehen wir jetzt hier die Karten Flashpoint, Orbital, Speerspitze, Gestrandet, Neuanfang und Zurückgeobert. Auf der zweiten Seite haben wir jetzt die Karte Umbruch, Discarded, Exposure. Das war Kontakt. Werte, Calatoscope, Sandor und Manifest. Warum sie die ganzen Fahrzeuge irgendwie so lange missachtet haben, das ist ja eigentlich ein Hauptbestandteil von Battlefield. Der Hauptbestandteil ist einmal die Zerstörung und dann kommen schon die Fahrzeuge. Was viele auch nicht so gerne hören wollen. Weil wenn wir nämlich die Fahrzeuge wegnehmen würden, was wäre dann der Unterschied zwischen Battlefield und COD? Der Unterschied ist nochmal einmal die Zerstörung und die Fahrzeuge. Und wenn sie sich darum nicht kümmern, dann frage ich mich wirklich, wie kann das sein? Eigentlich ist das, wie gesagt, ein sehr wichtiger Bestandteil. Die Veränderungen mit diesen neuen Fahrzeugzahlen, die kommen dann nächste Woche. Das ist dann sozusagen, Moment, ich schaue mal eben auf den Kalender. Das ist der 11. September, beziehungsweise die 37. Kalenderwoche. Aktuell hat jetzt DICE wieder eine Umfrage gemacht. Die vorhergehende Umfrage, da hatten sie ja zu den Battle Pass was gefragt. Die habe ich leider nicht mitbekommen. Das haben nur einige geschrieben, dass sie da irgendwas zum Battle Pass gefragt haben. In der aktuellen Umfrage geht es halt um die Fahrzeuganpassung, sowie auch um die Waffen. Die haben halt in dieser Umfrage aktuell gefragt, wie findet ihr das mit diesem Podcast? Was sagt ihr zu den Changelogs? Und wie findet ihr die Kommunikation über Twitter? Das habe ich einfach mal alles durchgeklickt, beziehungsweise beantwortet, damit ich mir mal anschauen kann, was die jetzt hier noch alles abfragen. Dann haben sie jetzt hier noch abgefragt, wie findet ihr die Veränderung am Kampfhubschrauber? Da habe ich leider noch nicht so viele Stunden gespielt. Echt habe ich gesehen, dass er geschrieben hat, dass es ein bisschen, sage ich mal, komplizierter ist, weil diese Genauigkeit oder diese, der ist ein bisschen träger geworden im Endeffekt, ja. Also den kann man jetzt nicht mehr ganz so wild umherschleudern oder so eine extrem krassen Ausweichmanöver machen. Und das kann natürlich ein Nachteil sein. Aber ein Vorteil ist wiederum, dass die Raketen etwas genauer treffen und vor allem stärker sind gegen Fahrzeuge. Dann haben sie jetzt noch das Duftkissenboot abgefragt, ob das eine sehr gute Veränderung war. Ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt so eine wichtige Veränderung ist. Dann haben sie noch die ganzen Karten mit reingenommen und die Fahrzeuganzahl halt dazu. Das ist halt die Sache, die wir jetzt hier gerade schon besprochen hatten. Dann haben sie noch zu diesem Redux-Event abgefragt. Das fand ich zum Beispiel jetzt wiederum sehr gut. Die haben halt nachgefragt, wie findet ihr die Belohnung und dass es da halt auch neue Belohnungen gibt. Das finde ich auf jeden Fall sehr gut. Was auch noch ein sehr wichtiger Punkt ist, dass die Modis letztendlich auch ein bisschen entwickelt sind oder ausgereift sind. Ganz am Anfang, wo Belfit rausgekommen ist, da hatte man sich die Modis ja mal angeschaut oder das habe ich halt dort gemacht. Die waren teilweise überhaupt gar nicht richtig überlegt oder ausgereift. Man hätte gedacht, das ist irgendwie so ein Beta-Modus oder so. Aber da hatten sie es schon als vollwertigen Modus angegeben. Ganz gut finde ich auch noch, dass man sich die Belohnung jetzt in allen Modis freischalten kann. Nicht nur in einem speziellen Modus, das ist auch noch gut. Was ich jetzt ein bisschen negativ finde, ist, dass das Event ein bisschen zu lange geht. Das hätte man um die Hälfte der Zeit reduzieren können. Ja, also das finde ich extrem in die Länge gezogen. Und dass es halt, wie gesagt, viel zu wenig neue Karten gibt. Und es wäre irgendwie geil gewesen, wenn man jetzt nochmal eine neue Karte irgendwie dazu gebracht hätte. Das wäre auf jeden Fall sinnvoll gewesen. Dann war noch ein Punkt, der ganz interessant war. Und zwar, bist du mit der sechswöchlichen Ausfallzeit zwischen diesem Redux-Event und Season 6 einverstanden? Natürlich überhaupt nicht. War viel zu lange. Dann hast du noch gefragt, bist du mit der Zeitspanne, bis eine Season beendet wird und die nächste anfängt, einverstanden? Also wie lange konkret eine Season geht, das finde ich teilweise auch etwas zu lang. Die hat nämlich ganz am Anfang das eigentlich auf zwölf Wochen limitiert. Und dann hat sie das einfach mal auf 14 Wochen erhöht. Also ich finde, zwölf Wochen war eigentlich auch schon viel zu lange. Aber dann haben sie es ja, wie gesagt, auf 14 erhöht. Ich bin der Meinung, das sollte man auch irgendwie nochmal reduzieren. Aber das kriegen sie wahrscheinlich nicht auf die Reihe. Die haben dann noch zu den Easter Eggs gefragt, ob du an diesen Easter Eggs teilnimmst. Die dann sozusagen ja immer bei jeder Season, die jetzt neu beginnt, stattfindet. Am Ende haben sie dann auch nach den Waffenbalancing gefragt, bist du damit einverstanden? Und dann haben sie die ganzen Waffen abgefragt. Ich kann mir vorstellen, dass die wahrscheinlich in der Zukunft nochmal was an diesem Waffenbalancing verändern wollen. Sonst würden sie ja diese Frage nicht stellen. Und mit den Easter Eggs, die könnten sie nochmal permanent machen. Das wäre auch mal ein Vorschlag, aber das wurde nicht abgefragt. Ja Leute, schreibt mal eure Meinung zu diesen ganzen Informationen rein. Ansonsten verlinke ich euch noch weitere Videos zu Belfi 2042. Da könnt ihr gerne mal reinschauen. Wir hören uns im nächsten Video. Euer Goldpriester.